Hallo, wir sind ein Blockflötenensemble an der Musikschule Bella Bartok und wenn die Gelder für die Musiklehrer nicht mehr reichen würden, würde unser Ensemble leider nicht mehr existieren. Wir spielen seit ungefähr zwei bis drei Jahren zusammen und sind in dieser Zeit nicht nur innerhalb des Ensembles, sondern auch außerhalb der Musikschule sehr stark zusammengewachsen. Es wäre voll schade, wenn es nicht mehr weitergehen würde die nächsten Jahre, deshalb hoffen wir, dass wir nächstes Jahr auch in der Konstellation noch weiter spielen können. Und wir hatten auch noch vor, dass wir nächstes Jahr an einem Wettbewerb teilnehmen und das macht halt auch immer sehr viel Spaß und dann wäre es schade, wenn wir das nicht machen könnten. Wir würden auch unsere Gruppendynamik sehr vermissen, weil wir uns einfach alle sehr gut verstehen.